Rufen Sie bitte die Polizei. Hier wurde jemand angefahren. Man muss einen Abschleppwagen rufen. Ich hatte einen Zusammenstoß. Bitte verbinden Sie mich mit der Versicherung. Jemand ist auf meinen Wagen draufgefahren. Wie viele Verletzte gibt es? Es gibt keine Verletzten. Haben Sie eine Versicherung? Sind Sie nicht verletzt? Sie haben eine Vollbremsung gemacht. Rufen Sie bitte die Polizei. Steigen wir aus und schauen uns unseren Wagen einmal an. Aus dem Wagen kommt Qualm. Ah, ich bin auf den Wagen vor mir gefahren. Sind Sie in Ordnung? Ja, das Kind ist mir plötzlich vor den Wagen gerannt. Da konnte ich nicht anders. Hier wurde jemand angefahren. Ich habe den Verkehrsunfall verursacht. Man muss einen Abschleppwagen rufen. Ich hatte einen Zusammenstoß. Ich hatte eine Panne auf der Autobahn. Bitte verbinden Sie mich mit der Versicherung. Wird das von der Versicherung gedeckt? Jemand ist auf meinen Wagen draufgefahren. Wie viele Verletzte gibt es? Es gibt keine Verletzten. Haben Sie den Unfall verursacht? Nein, das war der da. Ich kann es mit dem Schuss nicht unterhalten. Ich kann es mit dem Schuss nicht unterhalten.